Herzlich willkommen zum Newsletter im Juni 2021. Ich stehe vor der wunderbaren Kulisse von Würzburg mit Dom und Festung und freue mich, dass Sie heute wieder dabei sind. Was gibt es Neues? Was gibt es zu berichten? Zunächst mal in diesen Tagen, in diesen Stunden jetzt läuft gerade der Kongress christlicher Führungskräfte und wir freuen uns, dass er digital stattfinden kann. Man kann sich auch noch kurzfristig anmelden. Auch Mitglieder von Faktor C sind am Programm beteiligt. Schauen Sie gerne im Newsletter nach den Details. In den nächsten Wochen und Monaten finden eine ganze Reihe von Veranstaltungen bei Faktor C statt. Ein paar will ich Ihnen jetzt hier schon im Video nennen. Alles im Überblick natürlich im Newsletter. Einige wenige Plätze gibt es noch für unsere Veranstaltung der Young Professionals While in Between Anfang Juli in Rothenburg-Optertauber. Neun Plätze gibt es aktuell noch. Weisen Sie gerne Young Professionals darauf hin. Wir würden uns freuen, alle Plätze zu besetzen. Im Oktober gibt es mehrere Veranstaltungen. Einmal unsere Veranstaltung Übergangslos oder das Los des Übergangs für Ü58, also Menschen, die im Alter sind wie ich. Und Anfang November unsere Veranstaltung der Jahrestagung im Sporthotel Altenkirchen im Westerwald. Wir suchen 15 Unternehmer und Unternehmerinnen, 15 Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, die bereit sind, uns sechs Minuten ihrer Zeit zu schenken, nämlich für eine kurze, knackige Umfrage. Wir möchten gerne Material herstellen, digitales Schulungsmaterial für ganz Europa und suchen die Themen, die für Menschen heute dran sind. In der kommenden Woche starten wir ein neues Angebot unter dem Titel Alltagsheldinnen. Ein digitales Angebot, zunächst digital, für Ladies Only. Ich darf es trotzdem als männlicher Geschäftsführer ankündigen. Ich freue mich sehr, dass es dieses Angebot in Zukunft gibt und die Gruppe, die sich hier hoffentlich bildet. Mit den Monaten wird sich dann auch in echt im Präsenztreffen einmal begegnen können. Ein letzter Hinweis. Ich freue mich sehr, dass unser qualifiziertes Mentoring bei Faktor C wächst. Wir haben derzeit einige freie Plätze für Mentees. Wenn Sie also selbst Interesse daran haben oder andere darauf hinweisen wollen, dann freut uns das sehr. Alle Infos, wo es Informationen zum Mentoring gibt, wo man sich wie anmeldet, finden Sie natürlich auf der Website. Jetzt sage ich für den Juni ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse. Ich freue mich, dass wir miteinander unterwegs sind, bis sich unsere Wege wieder kreuzen. Vielen Dank. Vielen Dank.